Untied to this character Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tribes of Midgard Ich will gerne noch ein bisschen am Haus bauen Und zwar hätte ich gerne Erstmal ein bisschen Strohdach Die können wir ja zum Hochbauen bei Anhöhen nehmen Einmal drehen Es ist schade, dass es nur diese eine Dachform gibt Hier würde ich mir tatsächlich wünschen, dass es wie bei Valheim noch Wie viele Winkel werden das sein? 45 Grad? Ist es da vielleicht noch irgendwie ein 20 Grad Winkel? Oder... Naja, einen anderen Grad Winkel gibt's Nein Ähm... Habe ich wieder eingesammelt, danke Ey, das Dach bauen, das gestaltet sich hier ein bisschen schwieriger als gedacht So, dann gehen wir hier rüber Hä? Äh... Nein Ach, come on Okay, da wo er steht, da baut der nicht Das ist weird Ich brauche jetzt noch mal 1, 2, 1, 2... Oh Gott, wie viel werden wir brauchen? 1, 2, 3, 4... Nochmal 8 Dinger nach oben Denn wir wollen ja einen richtig wunderschönen, perfekten Rauchabzug haben Davon brauchen wir zwei Stück Ja, und die kann ich halt noch nicht bauen hier Das ist scheiße Und ich hätte tatsächlich gerne eine Doppeltür Da werden wir das Türchen noch offen lassen Und ich habe mich sowieso verbaut, habe ich mitge... äh... bekommen So Ne, das brauchen wir nicht Hier habe ich mich nämlich etwas verbaut Und das ist jetzt die Scheiße Ich glaube, ich reiße jetzt alles ab Wir brauchen was dort ist Ja, ach man Also wenn man nicht gleich von Anfang an richtig baut, ist man ein bisschen am Arsch So, wir machen erstmal ganz kurz die, weil ich von denen doch ein paar mehr brauche Als ich erst gedacht habe Brauche ich nochmal vier Stück Ach komm, wir machen gleich acht das Scheiß drauf Dauer bauen Dauer bauen Dann einmal das Dann einmal das Da hin Drehen und da hin Einmal das Äh... Da hin Und da hin So, hier werden wir jetzt tatsächlich gleich ein Problem kriegen Oder beim nächsten Mal Oder beim nächsten Mal Wenn ich ein Spitzdach da hin haben möchte Wenn ich da ein Spitzdach hin haben möchte, haben wir damit dann ein Problem Das heißt, da muss ein Flachdach hin Das heißt, da muss ein Flachdach hin Also es geht... Führt kein Weg drumherum So Und so Und dann ballern wir hier jetzt noch schnell ein paar Wände rein So 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 können wir das erste Mal lassen Zeig mal her Äh... Rauszoomen Wie sieht's aus Das sieht bis jetzt recht zufriedenstellend aus Auch wenn's noch nicht fertig ist tatsächlich Aber gut, man kann nicht gleich alles von Anfang an haben Äh... Äh... Die Zäune würde ich aber gerne noch schnell platzieren Geil Das gefällt mir so auf jeden Fall schon mal Zum Ablegen haben wir nix weiter Ne... Gut Dann... Müssen wir... Eine neue Insel finden Ne... Denn... Wir brauchen... Gold Damit wir... Ähm... Alles weiter upgraden können Für neue Baumaterialien Neue Werkzeuge Waffen Und, 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 und Und... Deswegen reiten wir jetzt einfach mal hier hoch Und schwimmen dann von hier aus Ähm... Richtung Norden Vermögen Und, 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 und... Oh Gott Mal schauen, was uns Richtung Norden erwartet. Nicht etwas, wo ich anecke. Danke. Ich bin gespannt. Wir haben hier jetzt diese Teleporter gebaut. Das heißt, wir werden auf jeder größeren Insel, wenn ich vielleicht einen Teleporter setze, dass man sich immer so schön hin und her tippen kann. Wenn man wieder genug Ressourcen dabei hat. Ja, dann schauen wir mal. Diese komische Wasserschlange, das ist, ich weiß es, ich kann, nee. Irgendwie ist das Wirt mit der. Was ist denn das für ein Viech? So, Mre. Diese abscheuliche Seeschlange, die angeblich die wieder natürliche Brut Jomungandas sind, treiben ihr Unwesen. Ach, die Kinder von Jomungandas. Alles Klärchen für Pärchen. Okay, hier haben wir wieder eine Insel zum Anlegen. Da ist aber, wie ich sehe, grünes Festland. Da möchte ich also noch nicht wirklich ran. Oh, ich muss da ran. Es tut mir leid. Äh, was sind das da für Viecher? Aber da ist ein Weltenhirsch. Zudem will ich. Oh, lass mich in Ruhe. Ja, das ist aber wieder nur so ein normales Gebiet, wie wir schon hatten. Ich müsste irgendwo Gold finden können. Und jetzt in der Nacht segeln ist natürlich auch wieder richtig geil. Da oben hängt noch Sumpfgebiet mit dran. Also alles das, was wir tatsächlich schon kennen. Zum Glück kriege ich auf dem Ozean kein Damage. Äh, Kältedamage. Oh, hier unten ist auch noch was. Oh, ist bald Winterzeit. Da wird sie noch beschissener werden. Nein! Au! Was ist denn das? Das ist ja nur so eine Aschelandinsel. Oh, da. Da oben war was. Ähm, ich umrunde tatsächlich erst mal die Insel. Guck mal, wie groß die ist. Aber ich hab dort ein neues Erz gesehen. Das werden wir uns dann vielleicht gleich snacken. Wenn's mal Tag wird. Okay, jetzt gibt's auch neue Mobs. Na, außer die Schattenviecher dorte. Was? Höhle. Okay. Was ist denn das, bitteschön? Das hat mal, äh, nicht Harpier. Das hat ein Harfe in der Hand. Was hat ein Harpier in der Hand? Wird nicht denn? Es könnte so langsam mal bitte Tag werden. Das wäre nice. Damit ich hier mal anlegen kann. Ich will jetzt ungern die ganze Zeit auf dem Boot verbringen. Aber wir haben wieder was Neues entdeckt. 170er Stärke. Ich glaube, ich das überleben werde. Ich will eigentlich nur dieses neue Erz dort mir angucken. Wir stellen uns hier mal so ein bisschen parat hin. Ja, da ist das neue Erz. Das sieht aus wie Gold. Das sieht tatsächlich aus wie Gold. Ey, der darf nicht... Gehst du mal weg von meinem Schiff, oder was? Sag doch mal, hörst du mal auf? Was fällt mit dem ein? Ich wollte gerade versuchen, mit dem Bogen auf das Biest zu schießen. Aber anscheinend klappt das. Da müssen wir doch warten bis Tag ist. Aber es ist ja gleich soweit. Es ist ja gleich soweit. Doch, es geht. Nur treffe ich nicht. Haha. Da sind sie weg vom Fenster. Und wir gucken mal, was das ist. Gold, sag ich ja. Sag mal. Ja, die halten definitiv mehr aus, als die am Strand bei so einer großen Insel. Die halten weit mehr aus. Okay, hier muss ich tatsächlich regelmäßig ausweichen bei den Biestern. Und das? Das sind Selkis. Ich habe so eine Selkiflosse. Okay. Okay. Hier müssen wir kämpfen und bluten. Und ich habe Angst, dass ich das Gold beschädige. Deswegen machen wir mal ganz kurz das. Die halten was aus. Meine Fresse. Ich will nur noch ein bisschen Gold haben. Mehr nicht. Dann bin ich runter von eurer Insel. Und mir eventuell mal das Tor angucken. Oh ne. Das ist schon wieder so eine... Hafenspielertante. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Gold ich gerade im Inventar habe. Aber die sind mir hier ein bisschen zu heftig. Oh, hier ist schon wieder so eine Truller. Ich will da nur ein bisschen Gold farben. Was ist das denn? Ey, ich muss hier wieder runter. Leckumio. Ich fahre ganz kurz darüber zur Insel. Wenn das so groß ist, baue ich dort irgendeinen Teleporter. Aber. WTF. Die sind stark. Ich brauche bessere Waffen. Bessere Rüstung. Ich brauche alles besser. Ich muss alles aufrüsten. Aber jetzt müssen wir mal Gold herkriegen. Da würde ich versuchen, hier auch direkt irgendwo... ...den Teleporter zu setzen. Die halten wieder nichts aus. Das ist creepy. Und der Baum, der fliegt wieder bis sonst wohin. Geil. Ich würde gerne hier oben, wenn es geht, irgendwie... ...den Teleporter hinsetzen. Gefühlt macht irgendwie dieses Schwert zwar mehr Damage... ...aber ist nicht so effektiv wie das andere. Habe ich so den Eindruck. Ich kann mich auch täuschen. Hey, ich muss da hoch. Ich werde das vielleicht so machen, dass ich immer... ...ein Ersatzschwert dabei habe. Leider habe ich das andere Schwert aber in der Base. Hier oben würde ich das gerne aufbauen wollen. Und zwar genau dahin. Schnellreise nach Hause. Genau. Machen wir auch direkt. Und dann gucken wir mal, was wir mit dem Gold jetzt alles anfangen können. Also ich würde mich schon freuen, wenn ich wenigstens das Bauen jetzt aufwerten kann. Nee, da will so einen Stein haben. Scheiße. Äh... Waffentechnisch... Hä, wieso Schild halt da? Hier soll es doch hin. Sechs. Gut. Oh, Sch... Okay. Das haben wir. Werkzeug. Hier ist Rüstung. Ich will immer noch dieses Leder haben. Okay. Wir müssen jetzt hier sowieso ein bisschen umdenken. Tatsächlich. Das haben wir zwei. Das haben wir zwei. Wir haben jetzt aber überall schon was reingesteckt. Jetzt ist die Frage... Hier haben wir noch nichts weiter reingesteckt. Wenn ich das wegmache... Wenn ich das wegmache... So, jetzt haben wir alles wieder einmal und das hier hinbaue. Ich baue mal das so hin. Äh... Wir fangen an mit Holz... Stein... ... und Gerber. Ich will mal gucken, ob ich den Zaun da rumziehen kann. Und ob die Truhe sich noch damit verbindet. Wollen wir mal gucken. Äh... Herstellen. Ja, hiermit verbindet sich's noch. Hiermit auch. Geil. Äh... Einmal bauen. Sechse. Neun. Und das gleiche würde ich halt auch gerne hier drüben machen. Aber hier sind wir ja aktuell sehr safe. So, da kommt dann das genau. Jo, also hier wären wir tatsächlich erst mal safe. Aber ich würde alles gerne ein bisschen anders umstrukturieren. Dass alles wirklich so ist, wie es sein soll. Deswegen nehmen wir mal ganz kurz alles auf. Platzieren die Kiste woanders und dann schauen wir mal. Entweder wir sacken es ein und versauen uns ein bisschen was an Loot. Oder es geht komplett kaputt und wir versauen uns alles. Oh Mann! Wenn ich das alles hier so sehe... Oh Mann! Äh... wir haben die Lagerkiste auf jeden Fall aufgenommen, das ist schon mal schön die würde ich nämlich gerne hier hinsetzen daneben das es geht komplett kaputt das geht komplett kaputt, ja ganz ehrlich scheiß drauf scheiß drauf wir farmen dann alles neu ich will das Spiel ja nicht so schnell durch haben deswegen machen wir das jetzt so und wir haben tatsächlich nichts weiter aufgenommen, ne ähm den würde ich da hinstellen herstellen eins zwei drei vier fünf sechs sieben da haben wir alles das passt so okay dann machen wir das so zwei einer Eck okay das wird ein Problem wir müssten nämlich hier hier anfangen okay ähm das muss noch mal weg den möchte man wieder setzen und ja ich hab sowas gerne perfekt also was heißt perfekt schön da bin ich sehr eigen tatsächlich so die kommt dahin das zweierteil kommt dahin Drohne du verschwindest jetzt mal ähm der feuerkessel kommt hier dahinter äh ich na doch es müsste noch im radius sein wir haben jetzt noch drei teile ähm eins zwei drei so das ist alles im radius was wir hier hinten hinstellen weiß ich noch nicht da werden wir bestimmt auch noch irgendwas finden ähm eventuell dann ehens von den sachen hier oder aber wir könnten da hinten die kochstation hinbauen und hinter hinter die hinter die lagerkiste warum wir uns sowas hin na boah sieht geil aus jetzt muss man leider alles nochmal aufwerten wir müssen also wieder in den Sumpf Silber farmen gehen und Eisen und Gold und Bernstein da müssen wir wieder auf die andere Insel rüber aber das ist nicht das Problem denn für die andere Insel haben wir ja jetzt äh ein bisschen was äh also dass wir uns da jeder jedes Mal hin und her tippen können das ist auf jeden Fall geil okay Munitionslager kann ich nicht weiter aufwerten äh und ich muss auf dieser komische Insel das Silky machen da landen auf jeden Fall sechs Gold drin holzfäller hammer fertig der will zehn Gold ja lecko hier ballern wir die sechs Gold rein alles klar so es sieht auf jeden Fall geil aus muss ich sagen jetzt ist schon mal so wie es ist auch wenn das Haus noch nicht ganz fertig ist und dann ballern wir erst mal ganz kurz alles das raus was gerade nicht benötigt wird äh bin ich doof und ich muss unbedingt wieder neues Essen herstellen kriege ich mit und das Schwert werde ich immer im Anschlag mit behalten dass ich jederzeit tauschen kann und dann können wir uns vielleicht irgendwo noch Felder anlegen für die ganzen Sachen wenn wir die nicht sogar dort unten schon nutzen die wir haben nur dass wir dann hierzu nochmal eine zweite Reihe machen ungefähr hier und das dann einzäunen alles oder wir lassen das so offen mal gucken genau so yo das war es dann aber auch schon mit der Folge wenn es euch bis hierhin gefallen hat lasst gerne einen Daumen nach oben da lasst Kommentare da der Daumen nach oben ist ganz wichtig für den YouTube Algorithmus und ich hoffe wir sehen uns im nächsten Video bis dann bleibt entspannt genieß den Tag bis dann 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 bis Untertitelung. BR 2018